Am 11. Oktober fand die Ehrung von Johanna Behnke als landesweit beste Auszubildende 2020 im Medienhaus Nordstadt. Hauptgeschäftsführer der EHK zu Schwerin, Siegbert Eisenach, überreichte die Auszeichnung persönlich. Die Ausbildung zur Medienkauffrau Digital & Print schloss die 23-Jährige mit 97 von 100 Punkten ab. Sie gehört damit zu den 206 besten Auszubildenden aus 203 Ausbildungsbetrieben in ganz Deutschland. Die duale Berufsausbildung, gerade auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, in Westmecklenburg, ist eine gute Chance, um hinterher in das Berufsleben einzusteigen, aber auch möglicherweise, so wie in unserem Fall hier, auch ein aufbauendes Studium dann zu beginnen. Mir wurde sehr viel Verantwortung übertragen und ich durfte tolle Projekte mitorganisieren und über mich hinaus wachsen und ich wurde ganz toll unterstützt. Mittlerweile begann Johanna Behnke ein Studium auf Berufsschullehramt in Hamburg. Der Zeitungsverlag Schwerin wurde bereits zum sechsten Mal als Top-Ausbildungsbetrieb von der EHK ausgezeichnet.